WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Nicht die Hand zum Knochen, genau. Und die Hände. Seitens der Hälfte, seitens der Hälfte. Auch mit der Hälfte. Pass auf. Und was müssen Sie zu reden? Genau. Sehr schön. Auf Hexchen. Hier Minuten. Genau. Kannst Sie da ein bisschen färschern. Aber nicht über Freien. Schön halten. Nur wenn Sie sicher fühlen, dann fühlt man sich starker. Man sollte sich erst mal halten. Ja. Könnte sein, dass er das noch so richtig ist. Ja, da passiert eine Ex-W-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex. Schön hoch. Das ist auch dicht. Hoch bleiben. Zwischendurch beim Schlagen. Ja, aber weiter daran arbeiten. Das ist auch noch vor sich jetzt. Ballons. Ja, schön, schön, genau so, wunderbar, Ballon-Seiten, zwischendurch schon wieder ein paar Pflege, einmal Helge schlacken, die wir in die Pflege, aber auch passend, die Dauer, die Ballon-Seiten, ja, das ist ja nicht so, drei Minuten noch, passend, da dich da nicht ausbohren zu lassen, schön Druck, Ballon-Seiten, ja, das ist ja so, dann würde ich mal wieder nicht schlagen, ja, schön, jetzt versuchen wir auch ein bisschen zur Seite und nicht nur noch in eine Richtung zu stellen, ja, okay, jetzt mit der Hand, nicht, dass er da hochläuft, aber ich hier da anzustellen, so, dass ich ein bisschen rein, ja, ich drehe, dann bin ich hoch, ab, gleich, ich kann schon mal, oh, schön, ja, auf, alles, was Druck auf sein Gesicht und sein Hals bringt, ohne dass er eine Position da ist, ja, Position, ohne, behalten, auch auf sein Gesicht, vor allem, nach Bein, dann passiert nicht, genau, ganz, genau, ganz auf den Mund und nahrlich zu halten, ich muss ja kein Gr signific, nichts mehr, nicht, sehr schön, sehr schön, ja, sehen also, wasuent, Jetzt noch eine Schläge bringen. Wenn ihr euch sicher fühlt, kommt mein Segel schon. Aber du werdest es nicht erst wissen. Schläge nicht vergessen. Ja. Schläge nicht vergessen. Schläge nicht vergessen. Stretching out. Bein links. Jetzt mal aufstraschen. Direkt von der Wand. Und stressen auf. Direkt von der Wand. Direkt von der Wand. Direkt von der Wand. Direkt von der Wand. Jetzt noch ein paar Sekunden. Oder wieder noch zwei Sekunden. Willis. Noch 30 Sekunden. Ja. Okay. Sehr schön. Mit der Kontrolle. Genau so weiter. Letzten 10 Sekunden. Genau so weiter. Ja. Jo. Kannst du auch kombinieren. Eine Kombination bringen. Beifall. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, versuch mal das rechte Arm und dann die Schulter zu bringen, nicht hinter den Kopf. Ja, alles. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.